Du warst doch in Mathe immer eine Null, oder? Nicht nur in Mathe. Das ist doch der Grund, warum du mich geheiratet hast. Scheiße, Bing. Scheiße. Würdest du dich bitte jetzt zum Tisch setzen? Tatsächlich. Ich will einfach, dass wir so nomaden wie möglich hintereinander umgehen. Bing, hast du irgendwas damit zu tun? Nix. Dramatische Musik. Untertitelung des ZDF, 2020